moin moin und herzlich willkommen freunde bei call of duty mobile hier einmal zwischendurch so eine kleine info ihr seht schon es gibt einen neuen naja einen neuen alten modus keine ahnung 10 vs 10 mond neujahr sammeln sie rote umschläge in roter umschlag bestätigt also 10 vs 10 abschluss bestätigt und da würde ich sagen spielen wir mal eine runde gucken mal rein und dann zeige ich euch noch eine sache dazu bis gleich so das ganze findet natürlich auf verschiedenen maps statt jetzt ist es auf shipment wie ihr seht und wollen doch einfach mal rein joinen was nehmen wir heute für eine waffe die bison typ 25 ich glaube bei shipment bleiben wir bei der mx 9 ok 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 also ihr seht schon wenn man stirbt oder jemanden tötet liegen da diese tollen bunten umschläge rum so die müssen wir natürlich einsammeln um zu gewinnen halt auf der map ist das ja unnormal was ist das denn und ich freundchen so eine pumpkin ist ja natürlich gold wert ok oh wow ich würde jetzt gerne nochmal die klasse eben wechseln dazu muss ich aber mal so ein bisschen in sicherheit gehen bitte mal die typ 25 ausprobieren ok typ 25 zurzeit ultra stark wow was ist hier los ist ja nicht mehr feierlich ok zack 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 ja machen wir hier hin doch mal ein paar kills kriegen ne ok nachladen oh da können wir noch einsammeln hier so nein vielleicht gewinnen wir ja sogar ja ist natürlich gerade die laufen jetzt hier mit der pump gun rum naja ist der heli noch da ja ist er immer noch da ich kriege sie mit ja dann wollen wir doch jetzt auch mal rein schön mit dem Vito ein paar kills holen so ach schade 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 so nein ok denn modus kannst du natürlich über das guten nutzen und deine waffen hoch zu leveln Leute, was geht hier ab? Sehr schön, Panate hat gewirkt, Steph Chapa ist weg, glaube ich, oder? So, na endlich, sehr schön, es hat einige Kills gegeben, boah, Alter, Bruder, die Typ 25 ist doch nicht so geil, ich will den nochmal eben ändern, ja, ist doch mies, ey, hier muss ich nicht so schnell nachladen, so, schön eingesammelt hier die Tickets, ne? Okay Sehr hektisch auf Shipment Die beiden kleinen Ganovene Gibt auf jeden Fall gut Punkte für den Clankrieg diese Runde, das weiß ich jetzt schon Okay, keiner mehr da Alter Also ein 10 wie 10 auf Shipment Äh, unnormal eigentlich, keine Ahnung, da brauchen wir uns nicht angucken So, jetzt könnte man natürlich denken, naja, ist ja wie Halloween und wie zu Weihnachten mit den Schneemännern, ähm, der Quatsch kommt ja immer wieder, ist ja langweilig, ist halt Mal einen Kürbis, mal einen Schneemann, den man da, ähm, einsammeln muss Aber, ja und nein Also es gibt da noch, welchen Platz haben wir überhaupt gemacht? Vierten, naja gut, alles klar Ähm, doch nicht so viele Punkte wie gedacht Es gibt hier, ihr seht es links unten bei Ausrüstung, ähm, diese wackelnden, äh, Umschläge, ja Die kriegst du 20 Stück am Tag Ich glaube, du musst aber auch den, den Modus spielen Ähm, dann können wir hier rechts oben gucken, was wir hier ziehen können Sieht ganz nice aus, ne? Ja, des Tigers oder wie auch immer Und, naja, halt einfach Skins und ein paar Credit Points hier So, das heißt, 20, einen habe ich schon mal eingelöst Wir lösen die mal ein, gucken mal, was wir kriegen Mhm Gut Nichts Spannendes, schade eigentlich Ähm, aber das ist der feine Unterschied Zu den anderen saisonalen Spielmodi, wie auch immer Wo es das 10 gegen 10 gab Ähm, ja, dass man jetzt halt noch diese Extraziehung hat Ja, das wollte ich euch nur eben zeigen, eben mitteilen Ganz kurzes, knappes Video mit einer Runde dran Ähm, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt Und schaltet auch nächstes Mal wieder ein Tschüss, haut rein Okay 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 Okay